Der Glockenturm ist schon drauf. Und wenn Michael Schümers das Kreuz anschraubt, wird aus dem Bauwagen schließlich eine Kirche. Er und sein Kollege Volker Manthei aus Spangenberg wollen gleich los. Auf ihre Bauwagenkirche sind sie mächtig stolz. Sie ist beheizbar. Das ist sehr schön für den Winter. Wir haben da schon Gottesdienst gefeiert. Ich hatte eine Trauung in dem Bauwagen. Also man kann sie richtig schön nutzen für ganz viele Dinge. Also warum nicht auch, um den Ostersegen im Lockdown zu verbreiten? Alles, was man dafür braucht, ist Werner mit seinem Trecker und einem Lautsprecher. Hallo, hallo, Test. Funktioniert. Sehr schön. Halleluja, der Kahn ist auferstanden. Dann kann es ja losgehen. Der Ablauf ist an jedem Stopp gleich. Pfarrer Schümers fährt mit seinem E-Roller voraus und spielt ein Lied auf seinem Horn. Dann wissen die Spangenberger, gleich geht es los. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Jetzt macht euch auf nach Hause und sagt den Segen weiter, damit möglichst viele Menschen ihn hören. Dieser Ideenreichtum hier von unserer Kirche, der ist schon seit Anfang von Corona einfach unermüdlich. Zwei Tage haben die Pfarrer für die Osteraktion eingeplant. Erst dann, Ostersonntag und heute. Denn die Gemeinde hat zwölf Ortsteile. Entsprechend oft muss angehalten werden. Man sieht es ja hier, dass ein ganzes Teil Leute auf der Straße sind und schon auf die Bauwagenkirche gewartet haben. Es ist ja immer wieder komisch, wenn man nicht zur Kirche gehen kann und man dieses Beisammensein nicht hat. Und wenn sie dann hierher kommen, ist auch gut. Und ich muss echt mal sagen, uns tut das total gut, mal Leute zu treffen. Wir dürfen ja auch relativ wenig Besuche machen und sind auch ziemlich abgeschnitten von unserer Gemeinde. Und einfach die strahlenden Gesichter zu sehen, tut uns auch richtig gut. Gerade die Menschen hier im Altenheim sind in dieser Pandemie oft alleine gewesen. Wir freuen uns, euch zu sehen und euch auf diese Weise die Osterbotschaft zu bringen. Corona zwingt also auch die Kirche zum Umdenken. Die Spangenberger Pfarrer machen das Beste draus. Ich glaube, Kirche ist da sehr in Bewegung gekommen und viele freuen sich bis dahin, dass manche Pfarrer sagen, dass Corona auch Befreiendes hat. Also ein frohes, zuversichtliches Osterfest. In Spangenberg ist die mobile Bauwagenkirche richtig gut angekommen. Vielleicht, sagen die beiden Pfarrer, führen sie sie auch im nächsten Jahr weiter.